Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK! 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 TRIBEWARTH! Yes, und ich bin nicht alleine, mit dabei ist Gamershack LP! Der Onkel, genau, hallo! Ja, für alle, die dich nicht... Mensch du... Dann haben wir noch den Neue hier, dann haben wir noch Noxy dabei, hey! Hallihallo! Der rennt grad weg von mir hier, ich renne mal hinterher. Ja, aus gutem Grund! Tag schon! Rivalius, lass mal bitte zu mir kommen, bitte, bitte, bitte! Ja, ich komm, und dann haben wir noch einen Exit dabei, hey! Hi! Der heißt Acid! Hör mal auf, wenn man Exit zu sagen! Ja, Acid, aber Exit hört sich cooler an! Ja, Exit heiße ich eigentlich auch, aber egal! Siehste, Onkel, was ist los? Nix kann er! Achso, ich dachte, du hast Acid gemeint! Oder soll ich erst mal die neue Rüstung machen? Und der Dynamo-Man ist mit dabei! Hallo! Und ich such den Onkel, ich weiß aber nicht, wo der ist! Ich bin hier hinten bei uns, wo wir hausen! Wo ihr haust? Okay, also ganz hin, ich komm! Äh, ja! Soll ich erst die neue Rüstung werden? Stopp, stopp, wenn du vorne bist, bring mal irgendeinen Dino mit! Da kann man den doch einfach beladen damit, mit dem Holz! Ja! Nino! Hallo! Nochmal! Soll ich erst die neue Rüstung werden? Also die... Oder... Metallwände! Ich würd' sagen, was... Äh... Metallrüstung, oder was? Ne, Schettin-Rüstung! Hä? Klingt gut, ne? Oder? Was sagt... Das klingt geil als Holz! St... Stimmt, ne? Machen wir... Was? Holz? Metall? Ja! Dein Dino dabei, Onkel! Dein Dino habe ich mitgebracht! Was? Holz? Holzrüstung? Klapperklapper! Ich leine die Rüstung, gut! Ja, mach die Rüstung ist besser! Und wo du gerade dabei bist, kannst du gerade mal für alle eine anfertigen! Richtig! Hm... Ja! Ich hätt' auch gerne eine, ja! Schettin! Schettin! Also wir waren... Bitte mal hier hinten mit mir das Wood vorschaffen! Was hier in dem Dings ist! Ja, hast du jetzt dein Dino nicht beladen, oder was habt ihr denn noch geholt? Das bringt dann ja echt den Raptor hin, oder? Da kannst du doch nichts reinladen in den Raptor! Ja, natürlich! Einen Raptor, da kannst du voll viel reinladen! Aber weißt du, da vorne da steht ein Trike, da vorne da steht ein Stigo, da vorne da steht sonst was... Oh, da hol ich! Und was macht der? Der holt einen Raptor! Ich hätt' ja auch einen Kogodil holen können! Mein Gott! Du hätt' jetzt natürlich auch Dodo nehmen können! Ja, ehrlich, ey! Gibt's so viele Viecher, die mehr tragen und erholt sich das Vieh! Ja! Weil der Raptor einfach geil ist! So, dann nehmen wir jetzt einen Trike mit, dann nehmen wir den Materia mit, oder ist der voll? Materia ist cool! Ist der voll? Der ist auch voll mit Bären, aber den kannst du gerne auch nach hinten nehmen, damit der mal entleert werden kann! Oder der Stegolaurus, ja! Ich würd' sagen, die Bären dann in den Kühlschrank, oder? Achso, da brauchen wir ja wieder... Der Stegolaurus ist noch... Der ist noch ganz bunt! Sparrow, oder? Müssen wir auch mitmachen? Der Stegolaurus! Der Steinklopper, der steht mir gerade im Wege, ey! Oh, Gott! Das ist der Stahlhammer! Oh, der hat der Stahlhammer! Ich kann nicht an dem vorbeilaufen, ne? Aber den darfst du nicht... Den darfst du nicht kaputt machen oder töten oder sonst was! Am besten nicht mal angucken! Der ist geil, der sieht echt geil aus mit seiner Kräuter! Ja, aber der ist ein, äh... Mathis, der... Was ist das? Der knallt dich! Oh, Fatal Error! Schon wieder, ey! Was ist denn hier los heute, ey! Ich kann da aber grad nichts mehr nehmen! Ich bin doch schon verhölzt! Ich warte auf Rivano, dass der mal ein Dino mit rüberbringt! Ja, das war's nochmal mit Rivano! Es war schön mit ihm! Ich bin wieder weg, ja! Ich bin wieder weg, ja! Nimmst du dich gerade auf? Ja, ja, ich hab schon ausgemacht! Muss da wieder von Onkel nehmen, ey! Das ist doch zum Kotzen, ey! Was ist denn da mit dem Spiel los heute, ey! Was, bist du schon wieder rausgeflogen? Ja, Fatal Error! Oh, startet doch einfach mal den Rechner neu, Rivano! Ja, da bin ich ja gut, dann bin ich ganz weg! Weißt du, was ich lustig finden würde? Hm? Wenn im Endeffekt deine Firewall einfach sagt, hier, das ist arg, lass den Scheiß abziehen! Ne, wir haben ja schon, wir haben ja schon 50 Parts gemacht, aber das muss ja eigentlich funktionieren irgendwann mal! Wieso steht das Tor offen? Ich komm gleich wieder, bis gleich, Freunde! Wieso steht das Tor offen? User disconnected from your channel! Äh, das Tor steht offen, weil... Äh, warte, äh... Ich dachte, das ist mal zuzumachen, glaub ich! Jopp! Tut mir leid! Aber es kann ja kein Reisegleich! Das muss bestraft werden! Ähm... Ähm... Du musst jetzt... Zehn Liege spritzen, bitte! Nur für den Anfang! Falls nochmal... Was? Was? Waaas? Waaas? Ähm... Alter, stimme weg! Waaas? Genau! Endlich! Herrgott! So, ähm... Ich glaub, ich mach jetzt ne Bäckerei auf! Das einzige, was bei mir gibt, ist Hakulatius! Halt! Spark Powder! Krasse Scheiße, du! Spark Powder! Na, hier haben wir noch Schettin! Was brauche ich denn jetzt schon wieder hier dafür? Das ist doch... Oh, ist das nervig! Immer fehlt mir irgendwas! Wood und Fiber! Mhm! Weiber! Hier fehlen Vibers! Gott! Hä? Wo ist denn die Shitin-Rüstung? Muss ich die jetzt auch an ne Werkbank machen, oder was? Den könntest du eigentlich Alt-Fiber-Fashing? Musst du hinscheißen! Weil... Shit! Hin! Der war schlecht! Shit hin! Aber ich hab jetzt schon einen Titel für meine Folge! Nochmal Shit hin! Shit hin! Fiber! Wer tut... Wer hat denn... Was ist denn hier los? Hm? Da hat jemand Heid ins Holz! Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ups! Könnte ich gewesen sein! Das geht doch nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Ich sag doch geil! Wir brauchen jetzt ein bisschen Buggy! Jetzt! Wo tun wir eigentlich das Metall hin? In die Schmiede rein, oder was? Ja, direkt in die Schmiede! Ja, hin und oben! Und das Shit hin dann auch, denk ich mal, ne? Das Shit hin! Ja, ja! Obwohl... Ja... Aus Shit hin... Entsteht auch die neue Rüstung, aber ich weiß noch nicht wie! Also ich weiß nicht wie ich sie bauen kann! Äh... Dann lest du einfach mal bei den Engrams! Bei was? Bei den Engramm dazu! Bei den Engramm dazu! Bei den Engramm dazu! Bei den Engramm kannst du lesen! Und ich hab hier noch das Keratin! Wo kommt denn das hin? Am besten! Super! Oh! Ich hab keine Ahnung! I can only be crafted by this! Okay! Ich werd mal hier einfach mal hier das in die Kiste reinhören! Oh! 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 Ach! Ey Mo, weißt du was ich grad merke? Hm? Das ist doch die Stelle, wo wir am Anfang unser Haus gebaut haben! Äh... Ohne links, ja! Na ja! Direkt neben den kleinen Pillar da ohne! Ja! So! Alles wird zum Anfang wieder zurück! Man wächst in Windeln auf! Und man stirbt in Windeln! Äh... Pech hat! Wenn man Pech hat, dann windelt man sich so durchs Leben! Also die neue Rüstung liegt in der Smithy drin! Also das, was ich bisher ercraften konnte! Hast du auch fünf Stück? Von allen? Was zum Geier! Das ist ein Smithy! Ich hab vier Helme und... Oh! Hallo! Schwester! Es liebt! Geil! Ich bin wieder da! Aber ich hoffe es klappt jetzt! Boah! Alter! Sogar noch ein Helm dazu! Good! Ich war ein neuer Tribe! Ihr seid so gut! Tribe ist doch nicht immer so wild! Ich bin nur am Tribe! Alter! Klingt ja schon perverse! Hey! Ich war jetzt mal so frei und hab mir schon mal so ein Hütchen und so ein Ding rausgenommen! Haben wir keinen Fetsch mehr? Ähm... Fetsch hab ich alles bei mir drin! Das was drinne war! Achso! Willst du mir jetzt sagen, ich bin Fetsch? Hehehe! Hehehe! Was?! Hehehe! Wo? Ey, ist das jetzt ein Ernst? Ich bin zu fett! Ich kann mich grad nicht bewegen! Also kann ich doch nicht vom Strike absteigen! Bist du Swatch? Herschef! Geht den Swatch auf! Auf! So, ich hochte ich komm mal wieder rein hier in Disneyland! Das wäre schon mal ein schöner Anfang! Ja! Hauptsache du machst dann eine Folge oder sowas! Hehehe! Wahnsinn! Einmal zocken in Ruhe. Nöööö, nicht mit mir. Nöööö, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das war gegen Mende. Ja, ist arke. Okay, ich tu die Klamottenkisten, Kiste, 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 Kiste. Wir brauchen die Kiste. Die Ledermütze, die ich auf hatte und die Leder, was ist das? Das Leder-T-Shirt. So. Für den Rest des Teams sind leider momentan nur Helme noch da. Ich will Helm. Will Helm? Hier, Dynamo, wie viel Schutz kriegt man da? 25 oder 20? Wo seid ihr denn? Helm. Bei der Rüstung, die ihr jetzt gebaut habt. Amor. 20 oder 25? Was? Ihr habt nicht gebaut. Ja, dass du gebaut hast, ja. Keine Ahnung. Drei? Schaut mal drauf eben. Drei? Wie drei? Nein, Amor 20 habe ich. Äh, Amor 50. Oh, okay, das sind die besser. Dann bau du mal. Ich will auch haben. Ich habe da 20. Liegt doch schon bereit. Ja, sauber. Ja, ich bin noch im Server-Menü. Ja, bis du drin bist, ist die Rüstung schon weg. Ja. Also, ich habe eine an und, ähm, wisst ihr, ich habe hier alles an. Pancha mein Name. Ich grüche Sie. Ich grüche Sie. Das sieht gelb bestimmt hoch-erotisch aus. So, ich komme rein. Das ist ja echt mal ein Ding jetzt hier. Schreib dir auf, welche Parts ich das schicken muss, Rehwano. Ja, mache ich. Eins und drei. Ich habe ja erst drei Parts. Das ist ja lächerlich. Wir haben inzwischen eigentlich nur Vorbereitungszeit. Das ist ja lächerlich. Aber das Nächste... Wir müssen das mal beschnuppern. Ja, das Nächste, aber das Nächste... Wenn ich mich weg war, kippe, hau raus, was in deinen Fässern schreckt. Äh, 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 was? Oh Gott. Achso, ja, Rehwano wollte mir ja eigentlich ein Dino vorholen, hinterholen, aber... Was? Vorholen? Ja, aber der Fatal Error hat mich davon abgehalten. Er wollte mir ein Dino hinterholen und jetzt würde er sich einen runterholen. Ich will mir mal... Ich will mir mal... Haunt... Nee, was ist das? Materia. Ja, Mann. Ja, Mann. Materia ist rotzevoll. Sag ich dir jetzt schon. Okay, dann steige ich wieder ab. Den wollte ich eben entleeren, aber mir fehlt Fetsch für die Kisten. Ah, hier ist Fetsch. Oh, hier. Samen für den lieben Rehwano. Rehwano, du kannst dich wieder vollsamen. Ein Samen sucht. Ein Samen. Genau. Ja. Dum, dum, dum. Zwei doofe den gleichen Gedanken. Alter, ohne Scheiß. Wenn du die Chitin-Rüstung, also den Brustpanzer, in der Region 2... Ja, du so... Gelb färbst, das sieht ja so ohne Scheiß aus wie Pommes mit Senf und Ketchup. Alter, was redest du denn da? Ich hätte auch gern so ein Menü. Alter, ja, ich habe gerade wieder weißen Bildschirm. Das sieht natürlich wieder sehr schlecht aus. Ich habe es doch gesagt, lass die Hände weg. Ja, boah, Alter, ich kann nicht einmal spielen. Also wenn ihr gerade mal hinten sinnlos bei den Kisten seid und hinten so ein bisschen rumhantiert und nichts mehr zu tun hat, dann bringt mir einfach mal ein bisschen Holz mit vor. Aus der ganz linken Schachtel. Schachtel? Schrank. Mach ich gleich. Das wäre, supi. Alles nur Holz und Setsch. Aber Setsch habe ich, glaube ich, alles schon... Boah, Alter, ich bin so schwer. Aber der Pronto ist echt geil. Der macht schon was echt was vorher. Also, muss ich schon sagen. Alles in Flower Power, genau. Eine Bereicherung ist das. So, die Samen habe ich mal hinter zum Rehwano. Danke. In seine Samenkiste. Samenspende hier hinten. Oh, ne Scheiße, der hat doch voll den Scheißjob, wenn du mal nicht bist. Ja. Ich bin echt, der Gärtner kriegt immer die geilen Weiber, weißt du doch. Genau, der wird nur beschissen und voll gesamt. Hallo und herzlich willkommen im SM-Studio. Hier erfahrt sie Natursekthaut. Alter. Was war das jetzt? Boah, ich bin echt erschrocken, Mann. Jetzt kommt aber immer, ich lauf hier. Der Natursekthastchen erschreckt, ey. Ich lauf hier so ganz entspannt, lange auf einmal kommt der Drake auf mich zugerannt. Ich dachte, jetzt geht's aber los. Der geilste Moment war immer noch, wo von euch die Dinos mich angegriffen haben alle. Ich hab dir ausversehrt, ob dich geboxt und dann kamen die alle angerannt. Das ist ja schuld. Da war der Drake von vorneweg. Der Drake kam als erstes. Das ging viel ab, ey. Total toll. Sag das nochmal bitte. Was? Sag das nochmal bitte. Ähm, warte. Ne. Das war so schön. Weißt du, was toll ist, dass ich die Scheiße aber schon wieder nicht fühle. Ja, ich bin da wieder abgestürzt. Ich bin da wieder abgestürzt. Ja. Ich hab mit dem Ding den Escape-knopf gesprungen. Total, total konfus, der Herr. Ich glaub, ich bin so ein bisschen durch den Wind, du. Ja, ja. Der Refano, der macht immer solche komischen Sachen. Das Spiel, das mag mich heute. Das ist echt Wahnsinn. Aber ist kein Problem, man hört mich ja noch. Hallo. Oh scheiße, ich hab seit anderthalb Stunden gemutet. Oh, Rwanda, tut mir aber leid. Ich werde deine Dinos alle vergiften. Wenn du fährst den ersten an, dann bist du tot. Das dämliche ist, dass seine Dinos auch unsere Dinos sind, du Vollpfosten. Ja, das Leben ist hart, ja. Oh, ich hoffe, ich krieg jetzt den Scheiß. Das ist ungefähr, wie wenn du dir einen Fuß schießt, und dann lachst du es der Fuß vor dem anderen. Wehtut doch irgendwie sowas, keine Ahnung. Soll ich's probieren? Mach mal. Schieß du mal einen Fuß. Erstmal muss ich hier auf den Scheiß-Server kommen, ja. Das ist so eine Wasserkanone. Eep, 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 eep. Bro, ab und zu Wasser, ne? Wir müssen die Wasserbahn mal wieder ganz normal machen. Ach so, stimmt, stimmt. Ja, die hab ich auch mal angefangen. Ja, sorry, der hat Durchhaltevermögen von, ähm... Nichts. Ja, genau. Tschüss. Ey, die ist geglaubigt. Geht das Tür schon zu? Ja, geht das Tür schon zu? Geht das Tür schon zu? Dinosaurier, ja. Türe geht zu? Au. Ich fühle mit dir. Das hat aber auch gut gepasst. Geht die Tür zu? Boah. So. 2, oder 3, oder? So, Kinas, der Wald ist gleich gerodet. Jupp, ich helf mit. Wieso hast du rot mit? Der dritte oder der vierte? Nee. Ich raff's nicht. Ich bin einfach zu doof zum Bauen. Das gibt's doch gar nicht. Hab ich jetzt wieder irgendwelche Scheiß-Sachen vergessen, in mein Inventar zu stecken oder was? Natürlich Fiber. Oh. Wie immer fehlen hier Fiber. Das ist schlimm. Boah, Alter. Daran liegt's, genau. Ach. Ich schieb's auch da drauf am besten. Ja, so war. Sowas kann nicht sein. Oh, was haben wir denn hier? Blueprint Water, ja. Ja, die kann ich beim nächsten Level lernen. Also, die Dinger. Aber wenn wir hier die Blueprints haben, bräuchst du mit. Die hab ich schon gelernt, aber. Ja, die Blueprints, die brauchen wir ja dann gar nicht lernen. Die kann man dann einfach einsetzen und basteln. Und basteln. Keine Ahnung, wie die Blueprints funktionieren. Also, das war, das hab ich schon gelernt, aber da braucht man Kristall dafür. Und das gibt's in Höhlen. Die Blueprints, die steckst du dir einfach in dein Inventar und dann kannst du die Sachen basteln. Das ist wie so ein Engram, ein erlerntes. Das kannst du so lang basteln, wie du sie in dein Inventar hast halt. Level up. Kannst du dann also sozusagen, das, was du als Engram hast, brauchst du dir nicht, äh, 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 ja, skillen. In den Boppe schieben. Achso, Leute, ihr braucht doch später noch eure Häuser dann, ne? Müssen wir noch einen Platz finden, dass ihr auch dann eine Hütte habt. Ja, das mach ich aber, äh, nicht in der Aufnahme. Das dauert sonst zu lang. Aber Rewano hat doch nichts zu tun. Er kann eher Aufnahmeholz sammeln. Ja, ich sammle auf jeden Fall gleich, wenn ich mal da bin. Achso, stimmt, der ist ja nicht da. Das verkehrst du schon mal. Der ist schon ein Wasserreservoir. Aber es ist schon schlimm, Rewano, weißt du, du hast so ein, dass man nicht einmal merkt, dass du nicht da bist. Das ist, ähm, nachteilhaft, Rewano. Du hast ja ein schlechtes Bild. Ja, super. Obwohl, natürlich wäre er froh, dass er da ist. So lang kein User war's disconnected. Kommt, ist alles in Ordnung. Ach, da lacht er. Hm, ärgert mich nur. Ärgert mich nur. Das war der längste Satz, den du bis jetzt gemacht hast. Ja, was soll ich denn noch sagen, ey. Das geht mir so auf den Sack hier mit dem Scheiß. Glitzplayer des Tages. Ja. Er sagt nix. Ich hab mehr Fatal, mehr Fatal Error als alles andere. Ja, das Spiel ist halt noch irgendwie manchmal anders, ne? Als erwartet. Das war so ein bisschen Alpha-lastig. Total Early Access, ey. Boah, komm, Scheiß-Server. So einen Scheiß will ich niemals kaufen, wenn es fertig wäre. Das war gerade ein Headshot. Monster kill. Double kill. Multi kill. Ach, dieses Spiel war so geil damals. Ja, Unreal Tournament, der erste Teil, war der beste. Richtig. Richtig. Ja, ich war PC und bin auf Konsole jetzt rüber. Ich zock eigentlich mehr Konsole, muss ich sagen. Ich bin eigentlich mehr so, ich hab mir der Playstation 4 zugelegt. Und doch, das macht schon Spaß, muss ich sagen. Haha, ich hab ein Party umgewandelt von Konsole zu PC. Ja, was ist denn auf der PS4 wohl? Ja, ich bin, weil, was soll ich denn, das macht, ist halt leichter. Ey, wir spielen, wir spielen zur Zeit Teso. Ja, wir spielen The Elder Scrolls Online, machen wir Let's Play. Doch, macht Spaß. Macht Spaß. Hm, ist gut, ja. Ach, keine Ahnung. Ich weiß noch nichts. Wenn ich mir eine Konsole holen, dann wird das gleichzeitig mit Final Fantasy 15 geholt. Okay, ja, wer fährt nicht davon, ich mag. Was? Final Fantasy ist für mich, äh, bleh. Was? Was? Final Fantasy ist scheiß. Hey, sie sei in der Haus. Ich hab 7, 7, 8, 9er. Aber obwohl ich sagen muss, das neue, was rauskommt, das Final Fantasy, das werde ich mir wahrscheinlich doch etwas näher angucken. Und es soll ja auch das Remastered von der 7 kommen. Da bin ich heiß drauf, da bin ich heiß drauf. Ich hab's auf der E3 gesehen, ich hab Gänsehaut gekriegt, ich hab einen Hut gekriegt, viele Tropfchen in die Hose. Das ist ein Stahlhammer, oder was? Da kommt der Stahlhammer in die Hose. Ja, 7 kann ich mir geil vorstellen mit der heutigen Grafike. Okay, könnte ich jetzt mal ganz kurz, ich baue ja jetzt gerade ja die ganze Zeit an den Dino-Gehege. So, liebe Freunde. Jetzt sag mir doch mal bitte, wie breit und wie weit ich das machen soll, weil ich baue ja einfach zock, 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 zock. Ja, mach mal. So, äh, hm. Mach's ganz groß. Ich mach einfach mal, ich... Mach's ganz groß, das ist gut, ja. Einfach riesig. Ich geh einfach mal auf... So, dass alle Dinos reinpassen können. Okay, hier endet's eh mit, äh, da kann ich nicht weiter rüber und... Ja, so, dass alle Dinos reingehen. Da können, ich glaube, müssen wir uns einen anderen Platz suchen und dann... Machen wir zwei Gehege, genau. Können wir den Felsen dann als Gehege nutzen. Boah. Was ist denn Rewaner? Ich hab den Server immer noch nicht gefunden. Du hast doch grad vor uns geschrien, dass du den hast. Nee. Schon lange, schon noch lange nicht. Einmal, da bin ich drauf und dann ist... Das ist nicht, hast du nicht vor uns gesagt, ich hab... Nee, ich hab schon... Ich such die ganze Zeit noch. Alter! Ich hab nur gesagt, ich hab 7, 8 und 9 durchgezockt an Final... Das ist ständig mit Rewaner so. Gar nicht, das ist nur bei dem Game hier. Die anderen Games laufen alle. Also, was hast du nur für eine Leitung, Rewaner? Hey. Ja, also, die Ratte muss ich ab und zu mal ein bisschen füttern, damit die wieder läuft. Nee, was du für eine Internetleitung hast? 16.000er. Ah, ich hab 5.000. Alter. Ja. Nee. Ja, der hat eine 16.000er, er bezahlt eine 16.000er und kriegt aber nur 3 rein. Ungefähr, ja. Ah, super. So, ich hab'n gefunden, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, tut mir leid, in 10 Sekunden ist die Aufnahme wieder fertig. Ach nee, die ist bei mir schon fertig, 22 Minuten. Ja, 22.50 ist immer grad. Er schickt mir die rüber da. Könnt ihr halt mal aus der Sicht von Onkel sehen, ist doch auch schön. Richtig. Mal wieder. Mich hört ihr nur. Mein Gott, da habt ihr wenigstens, habt ihr wenigstens Geruckel vom Rewaner nicht. Ich hab kein Geruckel, du Sackle. Ich ruckel dich gleich mal. Das hat sich falsch angehört. Das hat sich komplett... Aber das passt... Aber das passt zu deinem Rumschwulen. Aber okay. Was? Was? So, dann mach mal hier... Mach mal hier den Abschluss, Refano. Kann ich nicht. Warum nicht? Jetzt kann ich. Ich bin jetzt wieder da. Yeah. Mal gucken, wie lange. So, okay. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut doch mal bitte auch auf den Kanal von den anderen vorbei hier. 4Gamers. Auch wenn es euch nicht gefallen hat, kann er vorbeikommen. Ja, immer drauf schauen. Like geben, Abo geben, wäre echt cool. Bei mir auch. Und ja, dann sehen wir uns wieder morgen beim nächsten Part von ARK! ARK! Rewano dysleifend. Hoffentlich kann ich jetzt mal wieder mitspielen, ey. Zum Kotzen, zum Kotzen. Rewano kriegt den Daumen nach unten. Nein, genau. Der kriegt was ganz... Der klaut doch mal Aufnahmen. Ey, komm, bei 2-Boss habe ich dir auch schon mal das Verständnis gegeben oder so. Ja, ich wüs schon. Das nimmt sich nicht viel. Du kleiner Mann, du. Alles klar. Alles klar. Mein T-Rex hat mich gerade angekackt und jetzt mit diesem Sinn und diesem Zeichen höre ich jetzt auf hier. Alles klar, bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.